So, wollen wir mal gucken, dass die Leute bald reinkommen. Na doch, es sind doch einige. Wo kommt die denn alle her? Ich meine, da waren weniger. Ja, ist gut, der Tor geil. So, sprich mit Otto. Das ist richtig so. Gut, ähm... 3.150 Satellit, würde ich... Ich das verbessere. Ich habe das schon verbessert, ne? 3.250 Da muss ich noch was machen. Da muss ich aber auf die Weltkarte. Scheint, dass ich in Kielbrück fertig bin. Machen wir dann einfach mit den Dingern hier weiter. Hier gibt es einiges zu klären. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir Hilfe. Ach, euch beiden. Ach, euch Geschwisterpaar, helfe ich doch gerne. Deine Vorzüge, deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Das ist mir klar. Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler, versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwerkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Klingt eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, machen wir, komm. Die könnt ihr euch ablehnen. Hoffe ich kriege auch Talentpunkte, das wäre cool. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen. Mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten, wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen. Ja? Ich werde es versuchen. Gut, da haben wir als Trio alles zu tun. Sie besorgt die Möbel und übernimmt die Wirtschaft. Ist gut. Wünsch mir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Ihr Bruder zieht durch und kümmert sich um den Transport und wir räumen auf. Wir müssen da erneut hin. Das ist ja tatsächlich interessant. So, begib dich nach Kasselok. Für eine warme Mahlzeit würde ich alles geben. Anscheinend war das schon der letzte Mal. Wann dürfen wir denn endlich durch? So. Schneerücken. Oder wie das Vieh auch heißt. Ich muss hier erst mal gucken. Ich muss hier lang. Lass mich raten. Hier hin muss ich. Ich guck mal bei Mackies. Sieht aber für mich nicht danach aus. Zeit zu kämpfen. Oh, nee. Ich bin jetzt nicht gespannt. Geh mir Adana! Geh mir Adana! Beim Phönix sagt er nix, ne? Schade, tatsächlich. Muss hier irgendwie... ran. Da hinten sieht es aus, als gibt es da was Großes, Besonderes. Kannst du den doch mal anvisieren? Ist ja schlimm hier. Hallo? Ist ja schlimm hier mit dem Lümmel. Halt! Geh mir! Geh mir! Geh mir! Ja, nehm ich mal mit. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier mit dem Chocobo durchzureiten. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay. Hä? Sag mal, bin ich doof? Das kann nicht sein, dass ich den ganzen Scheißweg hier zurücklaufen muss, oder? Wäre komisch. Ah, warte mal, komm ich da jetzt hier runter, theoretisch? Da gab's doch irgendwo auch eine Wüste, wo ich nicht zwei... Achso, ja, okay. Dann hat sich das ja... ...gegessen. Kann ich hier runter? Muss ich hier durch? Ich bin mir da selbst nicht so ganz sicher. Ich meine, ich hätte im letzten Stream Hatches irgendwo gesehen... Was haben wir denn hier? Also gut, bringen wir's hinter uns. Ach, kommt schon. So. Grillkäfer. Grillkäfer. Sag mal, bin ich blöd? Ich hab das Gefühl, ich kann mir diese... ...den gesamten Weg sparen. Hm? Ah! Erbacher! Ja! die lebensflamme gibt aber kein leben wieder tatsächlich also ein bisschen bedauerlich finde ja also ich will zwar nichts sagen aber wir kommen gut klar du bist ein freund der roten karawane klar und deinem aussehen nach bist du die hilfe von der man mir erzählt hat hier jetzt nach kaschlok also frohes schaffen immer sind das für lappen es ist gut wenn die alle so in einer nähe stehen da ist gigaflär einfach super hier muss ich also hin gut ich hätte auch ich glaube ich hätte auch andersrum gehen können obwohl warte mal das war bestimmt ein schöner ort und es wird wieder einer ja 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 ihr seid hässliche Runde ja 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 So, wunderbar. War das aber wirklich alles? Ich mein, es hat Spaß. Oh, wir haben genug. Machen wir, aber ich würde tatsächlich gucken, ob ich das hier verbessern kann. Jawoll, Inga. Gehe ich einfach mal tatsächlich hier lang, damit ich es einfach mal gesehen habe, die Map ein bisschen aufzudecken. Schick, schick hier. Guck mal, wir haben sogar 10 Gil gefunden. Hat sich das doch... Hat sich das Rumlaufen doch gelohnt, tatsächlich. Noch ein normaler Monster. Gut, Arterische Asche. Hier liegt noch was. Wir haben noch einen Heiltrank gefunden. Und Leben gekriegt. Das ist auch ganz gut. So muss ich keinen Heiltrank wasten. Also wir haben einen Heiltrank gefunden und der hat den automatisch genommen. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Gut. Ja, macht gut Schaden. Also ich bin mit Stufe 2 sehr zufrieden. Hier ist doch bestimmt auch irgendwas wieder, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier rüber können. Aber das sieht aus, als gäbe es hier irgendwie ein Monster oder so. Den sollten wir uns mal merken. Den See. Jetzt reden wir mit der Luise. Wo ist sie? Was ist los, Theodor? Steh. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Das ist alles Gulasch. Wenn du dich behaltest, ist es noch warm. Lass dich nicht aufhalten. Lass dich auf alles gehalten. Sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das geht nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Ich dachte, das ist seine Schwester. Warum darf er sie nicht beobachten? Warum beobachtet er seine Schwester? Das ist weird. Eloise. Ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Danke, Clive. Klar. Hier. Das ist für deine Mühen. Gut schön. Also gut. Den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Immer. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch. Richtig. Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Herr geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun. Und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem danke, Clive. Kein Problem, außer bei einem. Das kriegen wir hin. Sag mir das Ziel. Ich nehme meine Fäuste und hau drauf. Gut. Mal gucken, ob wir hier noch was erledigen können. Ah, Clive. Du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit L gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Und sie expandieren. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren. Und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen. Na klar, mein Freund. Danke. Was ist gut da? Also gut. Dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger sieben sich nicht alleine um. Ja. Das ist deine Aufgabe für die rote Karawane. So. Gibt es hier noch irgendwo? Nach links. Da ist noch was. Hast du frisches Wasser übrig? Seit sich der Himmel verdunkelt hat, gibt der Brunnen nichts mehr her. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass es alle erfahren. Oha. Sie werden es sicher gleich wissen wollen. So. Ich beende hier die Aufnahme mal ein bisschen früher YouTube, weil ich muss ganz dringend auf Toilette. Bis gleich.